Erleichterung bei der österreichischen Nationalmannschaft Das ÖFB-Team besiegte in der EM-Qualifikation Slowenien am Freitagabend knapp mit 1 zu 0. Den entscheidenden Treffer, 74., steuerte Guido Burgstaller unmittelbar nach seiner Einwechslung bei. Österreich glänzte in Klagen vor Zagans und gar nicht weitestgehend war es aber Atletico Kepaian oblag geschuldet, dass es mit der Führung nicht früher klappte. Die Stimmen zum Spiel Frank Hof oder ÖFB-Teamchef Wir haben zwei Spiele am Anfang nicht gewonnen. Es war für uns ein wichtiges Spiel, das sieht man auch an der Tabelle. Ich denke, dass der Sieg hochverdient ist. Wir hatten die besseren Möglichkeiten. In der zweiten Halbzeit sind wir ein bisschen schwerer ins Spiel gekommen, hatten aber auch gute Phasen. Dann ist uns das Tor geglückt. Der Sieg war absolut verdient. Wir haben zeitweise auch gut nach vorne gespielt. Wir haben im zentralen Mittelfeld mit enorm jungen Spielern gespielt, aber die haben das sehr gut gemacht. Wir haben ein Spiel gewonnen. Jetzt gilt es sich zu regenerieren und dann müssen wir am Montag nachlegen. Marko Arnautowitsch, ÖFB-Stürmer Ich denke, dass heute wichtig war, dass wir ruhig bleiben, dass wir weiter an uns glauben. Ich denke, dass wir die bessere Mannschaft im Großen und Ganzen waren. Die Chancenauswertung, da müssen wir besser noch werden. Wir haben den Glauben nicht verloren. Die drei Punkte sind da, aber es ist noch lange nicht vorbei. Wir brauchen mehr als drei Punkte. Wenn wir jedes Spiel die Leistung abrufen, die jeder Spieler drauf hat, bin ich mir sicher, dass wir noch mehr Punkte holen. Wir werden alles versuchen. Österreichs erster Quali siegt die Noten für die ÖFB-Kicker. Ein Dreizehntel durchatmen beim ÖFB-Team. Österreich kämpft sich zu einem 1 zu 0 gegen Slowenien. Dido Burgstaller sorgt für das Joker-Tor. Spox bewertet die Leistung der ÖFB-Kicker. Zwei Dreizehntel Heinz Lindner. Note ist gleich drei. Er lebte einen recht geruhsamen Abend im Klagen vor der Wörtherseeschmuck-Kästchen. Einziges Highlight. Die schicke schwarze Torhüter-Dress. Drei Dreizehntel Stefan Leiner. Note ist gleich drei. Ungewohnt passiv in der ersten Spielhälfte. Vom Kollegen Lazzaro nicht wirklich brauchbar in Szene gesetzt. Nach dem Pausentier gab sich ein ähnliches Bild. Zeigte schon mal stärkere Leistungen. Vier Dreizehntel Alexander Dragovic. Note ist gleich zwei. Ansprechende Performance des Leverkusen-Legionärs. Einige wichtige Balleroberungen. Nicht so mutig wie Partner Hinteregger. Nach einer zerrenden Saison zeigt die Formkurve aber noch nicht nach unten. Fünf Dreizehntel Martin Hinteregger. Note ist gleich zwei. Ebenso wie Kollege Dragovic hinten bombensicher. Wagte ein ums andere Mal Ausflüge in die Offensive. Gewohnt bis sich in den Zweikämpfen, konnte er seine Frankfurt-Form auch ins österreichische Team transferieren. Sechs Dreizehntel Andreas Ullmann. Note ist gleich zwei. Agierte deutlich auffälliger und glücklicher als sein Äquivalent. Stefan Leiner hatte mit 78 die zweitmeisten Ballkontakte der FB 11. Sieben Dreizehntel Konrad Leimer. Note ist gleich drei. Er setzte zum Teamdebüt den kurz vorm Spiel verletzten Kapitän Baumgartlinger und meisterte dies größtenteils. Defensiv am Abräumen verbuchte der Leipziger vier Tackles, Spitzenwert im ÖFB-Team. Technisch kann er aber noch mehr. Acht Dreizehntel Xaver Schlager. Note ist gleich zwei. Bis auf eine kläglich vergebene Chance eine absolut bemerkenswerte Performance. Immer anspielbar, stets aktiv und bemüht ballsicher und auch defensiv mit vielen Balleroberungen. 9 Dreizehntel Valentino Lazzaro. Note ist gleich drei. Dem 23-Jährigen am Transfermarkt außerordentlich beliebten Ex-Salzburger kann man das Attribut bemüht. Nicht absprechen. Das war's aber auch schon wieder an diesem Abend. 10 Dreizehntel Marcel Sabitzer. Note ist gleich drei. Engagierte erste Spielhälfte, hätte die Frucht beinahe am überragend reagierenden Oplak vorbei geköpfelt. Baute in der zweiten Halbzeit zusehends ab, wenngleich er so stark wie lange nicht mehr im ÖFB-Jersey geigte. 11 Dreizehntel David Alaba. Note ist gleich drei. Etwas naiv bei den Freistößen. Eine Naturgewalt wie Jan Oplak lässt sich durch schwache Weitschüsse eher wenig bis gar nicht beeindrucken. Einigen gelungenen Passideen stehen aber auch wieder Alibi-Aktionen gegenüber. 12 Dreizehntel Marko Einautowitsch. Note ist gleich drei. Fiel am Freitag eher durch Lamentieren auf als durch Torgefahr. Beim 1 zu 0 aber maßgeblich beteiligt, wenn gleich danach Wootenbrand der Schuh dran glauben musste. 13 Dreizehntel Guido Burgstaller. Note ist gleich zwei, drei Minuten genügten Guido Burgknaller, um seine teuriger Qualitäten einzusetzen. Kam in der 71. Minute für Sabitzer. Zu kurz eingesetzt. Stefan Ilzanker, 82. für Konrad Leimer. Florian Kainz, 90. für David Alaba. Konrad Leimer, ÖFB-Team-Debütant. Wir wussten, dass es schwierig wird, dass Slowenien kicken kann, und auch was wir können. Das haben wir über weite Phasen des Spiels gezeigt. Wir hätten viel früher ein Tor machen können, haben es viel spannender gemacht als nötig. Die drei Punkte sind hoch verdient. Ob unerwartet oder nicht, es war schön das erste Mal für das Nationalteam auflaufen zu dürfen. Ich habe mich riesig gefreut und von der ersten bis zur letzten Minute alles gegeben. Matthias K.E.K., Slowenien-Team-Chef, in der ersten Halbzeit haben wir ein bisschen Glück gehabt, da war Österreich klar überlegen. In dem Moment, als wir ein bisschen Ruhe reingebracht haben und selbst ein bisschen mehr für Spiel getan haben, bekommen wir dann so ein Tor. Österreich war um dieses eine Tor besser. Wir müssen über den nächsten Gegner nachdenken. Why für ok euch ja natürlich oder display für Und chi Aunque und ux Ku 雑 Och Och oder die